Noch 16 Handreiter! William Matheiser, die 1 an der Spitze! William Matheiser, der Schütze auf der Spitze! Applaus Zwei Punkte, Mark Nitz! Mitte die 10 Handreiter! Wenn Mark Nitz hier Platz 2 halten kann, dann wäre er am heutigen Abend der Gesamtsieger! Er hat schon drei Punkte vorgestellt! Hier ist Stefan Frankhofer! Hier ist Stefan Frankhofer! 1s. 2. 3. 0,5! 4. 6.